Ich bin jetzt fast drei Jahre da. Ich habe herausgefunden, wie meine echte Pension geklärt hat. Das habe ich übergangsgelt geklärt. Das waren so 1170 Euro. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich noch 400 Euro habe. Und zufällig durch einen Freund habe ich gehört, dass da Leute gesucht werden. So bin ich hergekommen. Und türkischerweise, du weißt auch, wie ich das erste Mal hergekommen bin. Und ja, ich bin aufgenommen. Das war gut. Natürlich, das Problem ist, dass ich so lange in Kanada wohne. Und Österreich und Kanada sind zwei verschiedene Systeme. Weil das System immer ein Unterschied ist, bin ich durchgefunden. Zwischenzeit zwei Sessel in Österreich kriege ich fast nichts und von Kanada kriege ich auch fast nichts. Die Arbeit mit den Jungen ist sehr gut. Von Grund hast du gesagt, würde ich sagen, mehr positiv. Und das ist irgendwie... Das gibt auch Energie irgendwie. Ich weiß, ich tue was Gutes für mich. Ich weiß, ich tue was Gutes für die Pension. Und ich weiß, ich tue was Gutes für andere Leute. Und das gibt mir natürlich ein gutes Gefühl.